Hi und herzlich willkommen zu diesem etwas spontaneren Video. Ich bin gerade im Wald und es fängt gerade an zu regnen, also nicht wirklich perfekte Bedingungen. Aber ich möchte euch heute einfach mal ganz spontan zeigen, wie ihr wirklich sehr coole Motionlabs machen könnt. Also eine Timelapse mit Bewegung drin, ohne wirklich Gier dafür zu kaufen. Also nur mit eurem Handy und einem Stativ. Viel Spaß! Das sind gerade nicht wirklich perfekte Bedingungen, um Motionlabs zu machen. Wir haben eine graue Wolkensuppe am Himmel hängen und es fängt an zu regnen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Ergebnisse so cool werden. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Und ja, ich suche jetzt gerade mal einen kleinen Spot, wo wir das ganz gut machen können. Und vielleicht hört ihr gerade schon den Regen. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Es ist gerade ein bisschen windig und ich suche jetzt eine coole Location. Bis gleich! Ich bin gerade an einem ziemlich coolen Spot und hier mache ich mal ein paar kleine Motionlabs und zeige euch, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Wie ihr das machen könnt, ist eigentlich ziemlich leicht. Ihr geht in eurem Handy, wenn ihr das habt, in den Hyperlabs-Modus und dann, ich hasse es scharf zu stellen, und dann macht ihr einfach eine Hyperlabs und während die läuft, verstellt ihr hier das Drehrad ein bisschen, damit ihr hier, während die Hyperlabs läuft, immer so langsam wie möglich das Stativ in eine Richtung drehen könnt. Und wenn das dann in der Hyperlabs zusammengefasst wird, ist es eine wunderschöne Bewegung von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, so wie ihr es halt eben macht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Ciao!